Ich will zu meiner Mami! Was für ein Loser! Hat Angst in der Wildnis, erbärmlich! Das war komplett Mexi-Debub! Das ist nur die Pizza. Ich weiß, dass das die Pizza ist. Ich hatte keine Ahnung, dass das die Pizza ist. Entschuldige, ich würde dir ja was geben, aber wir campen. Okay, Jungs, bevor wir essen, sollten wir unsere Spuren verwischen und den Frauen einen Beweis aus der Wildnis schicken. Da bekomme ich keine zehn Pferde mehr hin! Keine Panik! Wir brauchen doch nur ein gestelltes Foto vom Camping. Dad, erinnerst du dich an mein Foto von der Freiheitsstatue? Weit mehr als das. Ich habe es auf ein T-Shirt gedruckt. Gut, dann solltest du dazu was wissen. Ich habe eine Lüge getragen! Heißt das, dass du auch nicht beim Bullenrennen warst? Max, pass auf! Als dein Vater bin ich echt überaus enttäuscht von dir. Aber als dein Partner in einer Lüge sage, ich bringe uns in den Wald! Sagt überleben! Überleben! Howdy do! Kommt her, Pfarrmädels, und spürt den Mac-Pope-Geist mit einer Heumaske. Ein bisschen Jump'n-Musik und... Bitte sag, weltbeste Köche einschalten. Steckt den Schwanz an das Alpaka! Was ist denn ein Alpaka? Oh, das ist, ähm... Wie ein flauschiger Hund, der spuckt. Mons-Familie hat Alpakas auf der Farm gezüchtet. Ich will nicht angeben, aber wir waren die meist angesehensten Alpaka-Züchter der Drei-Staaten-Region. Gab es viele Alpaka-Züchter in der Drei-Staaten-Region? Nein, bloß uns. Howdy do! Habt ihr Platz für ein weiteres, Pfarrmädchen? Entschuldige, Kolosso, aber das hier ist nur für Mac-Pope-Mädels, also nein, hüpfeck! Oh, ja, total! War eh nur ein Ulk! Ich wollte gar nicht mit euch abhängen! Und wieder lacht ihr über einen Kolossowitz! Ich hab' ne Idee, mach einfach mit! Hey, Mom! Beginn doch am besten mit der Heumaske! Naja, ich hab' mir den Hintern aufgerissen, alles vorzubereiten. Ja, das hast du dann ab ins Heu! Oh, und erfrischt dich mit ein paar Gurken obendrauf, während du den beruhigenden Geräuschen einer Farm lauscht. Ah! Ach, ist das nicht schön! Nur wir Mac-Pope-Mädels unter uns! Du sagst es! Was seht ihr euch an? Psst! Mädels, keine Handys auf der Farm! Wie wir zu Hause immer gesagt haben, ich Alpake die weg für die Zukunft! Alpake die weg für die Zukunft, das ist so witzig, Mom! Ist das nicht witzig, Nummer? Das ist so witzig, Phoebe! Okay, sieh's weg, Plan B! Du lenkst Farmer Barb ab und ich geh' runter in Macs Versteck und sehe Weltbeste Köche auf seinem Computer! Moment, ich darf mir Weltbeste Köche nicht ansehen? Ich sag' dir, was passiert ist! Au! Dann wechseln wir uns ab! Genau darum dreht sich das ganze Leben zurück zu den Wurzeln! Nice! Habt ihr schon mal gedacht, dass ein Röpser wie die Erinnerung an das Essen ist, das ihr gerade hattet? Tiefgründig, Billy! Alarm, Alarm! Phoebe Thunderman nähert sich! Ich hatte keine Ahnung, dass der Thundermonitor ein Baby hat! Nein, das ist ein Mini-Thundermonitor, der mich warnt, wenn Phoebe kommt! Er warnt dich aber nicht, wenn einer von uns kommt, oder? Äh... Versteckt euch! Wie es aussieht, hat Mom das hier in einen Saustall verwandelt! Ach ja, ich bin allein! Und hier, das Rezept für Freundschaft mit einem Klacks-Intrige und einem kleinen Schuss-Drama! Tchut-tchut-tchut-tchut! Die Girls wissen alles über Booyah-Bass, und genauso wissen sie, wie man nen Mord verlöst! Hier wird gekocht, Gauner eingelocht! So ein Kochteam! Tchut! Weltbeste Köche! Tchut-tchut-tchut! Weltbeste Köche! Oh yeah! Yeah!